Also wir müssen uns schon ein gutes Stück weit vorkämpfen Ja, folgt mir Schnell Sofort Gucken wir mal, dass wir was pullen Unverzüglich Zu euren Dienst für das Licht Stand halten, Männer! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Die Rune bevorwärts, Krieger! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Oh, mein Heider ist gestorben Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Zu Befehl! Zu Befehl! Vorwärts! Vorwärts! Krieger! Haltet durch, Männer! Stehe bereit! Schlaft sie! Mit seinen Beinen und Waffen macht einen kurzen Prozess mit den Gegnern! Vorwärts! Vorwärts! In die Schlacht! Anläufe bräuchten es zu knacken! Wahrscheinlich versteckt sich da oben auch unser Ziel! Oh, da haben wir auch noch einen Beulenmacher übersehen! Wir hätten ja auch sogar noch Elfen, die uns helfen könnten, aber ich glaube die sind nur Kanonenfutter für den Gegner hier! Alles klar! Ne, lassen wir es dabei! Auf mein Kommando! Speichern wir ja mal lieber, sicherheitshalber! Auf mein Zeichen! Sofort! Mir nach! Und hauen jetzt die da oben! Feind im Angriff! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Rams, Schließt die Reihen! Ja! Vorwärts! Folgt mir! So, kommen wir weiter. Feindlicher Angriff! Okay, jetzt die Sleppner weg. Feindlicher Angriff! Die sterben nämlich schneller. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Schließt die Reihen! Schlagt sie zurück! Auf mein Schleifen! Okay, ja. Dunkle greifen könnten. Mir nach! Ein leichtes Problem sein. Und los! In die Schlacht! Mir nach! Und los! Mir nach! Das könnte auch schon ärgerlich werden. Zu euren Diensten! Stehe bereit! Stehe bereit! Ja! Folgt mir! Schlagt sie zurück! Okay, da kommen ein paar. Zum Angriff! Sofort! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Haltet sie zurück! Verstärkt die Deckung! Die Linien müssen halten! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Was wünscht die Rune? Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Wir werden angegriffen! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Stehe bereit! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Stimmt ja, ich kann ja auch schon mal den, damit ich ihm herbeirufen sollt ihr einfach mal tun. Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! So, so wie sah sie tot, jeder Untote auch, ähm... Auf meinen Befehl! Meiner entziehen! Auf mein Zeichen! Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Vorwärtskrieger! Schlagt sie zurück! Das ist ein Hinterhalt! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Die Reihen müssen halten! Schlagt sie zurück! Zu euren Diensten! Okay, die ihn am Leben halten. Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung. Feindlicher Angriff. Okay, du steckst auch. Schlagt sie zurück. Zu Befehl. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Zu euren Diensten. Wird sofort ausgeführt. Schließt die Reihen. Die Rune ruft. So, heilt ihn mal wieder. Feindlicher Angriff. Die Rune befehlt. Sie sind überall. Haltet durch, Männer. So, wenn der Tüster weg ist, ist das auch schon mal viel besser. Feindlicher Angriff. Die Rune befehlt. Feindlicher Angriff. Stehe bereit. So, der droppt auch ein paar nette Sachen. Du machst doch das hier an. Wir schwörst noch einen Untoten-Diener. Wir warten auf den letzten. Was wünscht die Rune? Alles klar. Hier. Sofort. Von unseren Eumels. Ja, wir sind fast durchgebrochen. Und los. Oh, von der Seite gibt es auch ein paar. Folgt mir. Widerständlich. Schnell. Zum Angriff. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Folgt mir. Kämpft, Männer. Können wir erst mal die beiden Koppel in Leichen gründern. Schließt die Reihen. Bereit. Sie sind überall. Vorwärts. Kämpft, Männer. Schließt die Reihen. Bereit. Folgt mir. Folgt mir. Folgt mir. Eine. Schnell. Schnell. Mir nach. Ja, auf der Seite gibt es halt leider kein Heldenmonument. Sofort. Schnell. Deswegen konnten wir nicht von der Seite angreifen. Die gute Nachricht ist, er hat fast nur noch Söldner. Wie stark ist er selber als Stufe 20? Ja, packen wir. Hier. Sofort. Mir nach. Auf mein Zeichen. Erst mal locken wir ein paar seine Krieger raus. Zu Befehl. Unverzüglich. Auf mein Zeichen. Für die Freiheit. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Sie sind überall. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Du hast einen Mehrfachschuss. Benutzt ihn mal. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Ich muss ja sagen, die Komplins verrichten auch unter Arbeit. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Also sie scheint zu wissen, wie man was aussieht. Feindlicher Angriff. Schlagt sie zurück. Das wusste ich. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe. Sie sind mein Kommando. So, wie ich es in Erinnerung habe, habe ich die Menschensiedlung hier unten neu aufgebaut. Und bin mit einer ganzen Armee hier einmal durchgeheizt. Und habe aber auch ziemlich viele Leute verloren, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Aber ja, diesmal brauchen wir es nicht. Mit den Heroes allein klappt es auch ganz gut. Ich meine, er hat nicht mehr viel. Aber, damit wir nicht überziehen, speichern wir hier jetzt mal und machen einen Cut. Bis gleich.